Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play, Life is Strange. Bewertet den Part und viel Spaß. Du bist so smart genug zu wissen, wie easy es ist, jemand zu zerstören, ihre Leben zu zerstören. Ich möchte, wie viel es dir würde, wenn jemand das zu tun hat. Du kannst immer die richtige Wahl machen, Viktoria. Ich weiß, du hast ein guter Herz. Ich habe es gesehen. Listen, ich... Ich habe nicht... Du musst erklären. Es ist kein Grund für dich zu sein, dass du nicht so glücklich mit deinem Talent bist. Würde es besser sein, wenn es jemanden zu bringen? Du kannst sie inspirieren. Okay, ich weiß nicht, was du jetzt zu sprechen. Ich weiß nicht, Herr Jefferson. Ich denke, ich sollte aus dieser Sache sein, Viktoria. Dann glaube ich, ich bin fertig zu sprechen. Das ist okay, auch. Das war ein bisschen random, Max. Was hast du gesagt? Hier ist meine Fotografie für den Everyday Heroes contest. Oh... Das war einfach. Nein. Es war überhaupt nicht einfach. Ich kann noch nicht pre-juden, aber ich bin sehr glücklich, dass du in den Platz entschieden hast. Das bedeutet viel zu mir. Und Blackwell. Der erste Schritt für alle Artists ist, dass sie sich aus dem Welt in der Welt, ohne Angst zu sein. Und zu sein. Innocent. Oder guilty. Ah. Well... Thanks for the photo. Und... Maybe both of us will be jet-setting in San Francisco this Friday. Or maybe only one of us will be going. Don't be so modest, Max. Anything can happen in a week. As you're going to find out, Mr. Jefferson. Alles klar. Okay, wieso bleiben die Fotos so? Wir haben ja doch, prinzipiell haben wir ja alles... Oh. Und jetzt in diesem. Und ich weiß mitiscegen, dass das vielleicht alles so schön ist. Ja? ... oder? Untertitelung des ZDF, 2020 Alles klar Aber was ist mit dem Sturm, der auf uns zückt? Gut, David Was ist mit dem Donado? Oder war das nur symbolisch, irgendwie? Das kann ja nicht sein, oder? Das Anfang für Jefferson und die Prescotts Two Moon Diner Inmitten all des Umweltchaoses in Acadia Bay wie Schneefall außerhalb der Saison und gestrandete Wale Berichten Einwohner gestern Abend gegen 20 Uhr zwei Vollmonde gesehen zu haben Zeugen geben an, dass die doppelten Monde klar am Nachthimmel zu erkennen waren Bis nach kurzer Zeit Wolken aufgezogen Das Ausbleiben von Video- und Bildaufnahmen veranlasst örtliche Meteorologen zu der Annahme, dass die Vorstellungskraft aufgrund des neuesten Öko-Chaos übersteuert Blackwell Sicherheitschef entdeckt Bunker und Skandal Im Laufe der Untersuchung diverser Hinweise von David Madsen, Sicherheitschef an der Blackwell Academy fand die Polizei am Dienstag eine bizarre Kammer im Untergrund, die angeblich von Lehrer Mark Jefferson und Schüler Nathan Prescott benutzt wurde um junge Frauen unter Drogen zu setzen, zu entführen und zu fotografieren Obwohl an den Opfern keine weiteren Anzeichen physischer oder sexueller Gewalt festgestellt wurden schockierten diese Enthüllungen das beschauliche Städtchen Acadia Bay Selbst gegen Sean Prescott, einflussreichster Geschäftsmann der Umgebung wird jetzt wegen seiner Rolle als Besitzer der Scheune unter der sich die High-Tech-Dunkelkammer befand ermittelt wird auf der nächsten Seite fortgesetzt Alles klar Ich bin so excited Ich muss zu sagen, dass ich einen Artistin heiße, als Künstler empfangen bin Helden des Alltags, Ausstellung und Künstlerempfang, die Galerie Zeitgeist präsentiert Geil Gucken wir uns gleich mal an SMS Alter Ähm Max Jefferson, was zum Teufel? Irre, oder? Hättest du ihn je verdächtigt? Nie, er wirkte wie so ein cooler Lehrer Dachte, du stehst irgendwie auf ihn Tut mir leid Sollte es auch Ich bewunderte seine Arbeit Nicht mehr Scheiß drauf, er ist Geschichte Ja, ist er Muss ich mir jetzt einen Termin holen, wenn ich dich sehen will? Oh, bitte Ja, musst du Es ist so cool, dass du gewonnen hast Danke, Warren Fühlt sich komisch an Achso, ich habe gerade in den Nachrichten von dem Kunstlehrer gehört, von dem du immer erzählst Was geht in Blackwell? In, äh, Vorsicht Mama, mir geht es gut Zu viel zu tippen ist irre Ich rufe später an Versprochen Ich hasse es, dass du so weit weg bist Lass mich nicht warten Werde ich nicht Maxine, wir sind so stolz, stolz, stolz Danke, wir haben immer an dich und deine Fotos geglaubt Natürlich habt ihr das Deswegen habe ich, äh, bin ich in Blackwell Ui, 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 ui Max, danke für den Ratschlag, zur Polizei zu gehen Bitte erwähne mich nicht mehr als nötig Und danke für das Drangehen, Freund Stimm kurz Ja, das hatten wir doch alle schon, ne? Bitte sag Bescheid, wenn du mich dort brauchst Dass die beiden weggesperrt werden Und nie wieder alle irgendwie im Veto Max, ich habe gehört, dass du alles gewonnen Und das macht mich so glücklich Deine Fotos sind so wundervoll Es gibt mir mehr Hoffnung, dass du jetzt entdeckt wirst Danke, Kate Du gibst mir Hoffnung, indem du meine Freundin bist Sei nicht so bescheiden Verneige dich Ich erwarte einen vollständigen Bericht beim nächsten Tee trinken Abgemacht Alles klar Max, Max, Max Klick, klick, klick Ich habe einen neuen Spruch für dich Dana, das ist klasse Ich werde rot Weil du in Flammen stehst, Mädchen Blick auf dein Konto Ui Cool Max, ich weiß Mama lässt dein Handy glühen Ich verstehe, warum Sag ihr, sie soll sich keine Sorgen machen Du bist jetzt erwachsen Du kannst auch Das kannst du ihr selbst sagen Mach ich, danke Bald Äh, ja Oh Gott Das ist so viel Äh, ich werde da sein Ich hoffe es geht Hier Beleidigung einfügen Alles klar Max, Max, bist du da? Was ist los? Geh doch Das Stiefsoldat hat die Bullen gerufen Und ist abmarschiert Mit seiner Karre Er Knarre Das ist irre Besonders da ich jetzt wieder mit dir rumhänge Und dem Schnee heute Alles wird gut werden Wir sind wieder zusammen Hier Beleidigung einfügen Menschlicher Emoji Meld dich, wenn du was hörst Geht klar Guten Morgen Dein Hintern ist besser Aus dem Bett Wenn meiner Äh, wenn meiner es auch ist Aufgewacht Es regnet Eier und Pancakes Du meinst wohl Waffeln Also, was ist gestern Abend gelaufen? Der Stiefsonderkommandant Das Stiefsonderkommando Kam gestern ganz aufgedreht nach Hause Wegen seiner Wegen einer seiner Ermittlungen Er könnte zur Abwechslung mal recht haben Du bist lustig Triff mich so schnell wie es geht bei Two Whales Okay, bis bald Max, der Chef mit der Knarre Heirate mich Illegal in Oregon Noch Haha Scheiß drauf Brennen wir durch Max, du musst dich sofort sehen Ich weiß, was mit Rachel passiert Es trifft mich am Leuchtwunnen, wenn du es liest Ich werde da sein Ich hoffe, dir geht es gut Max, danke, dass du dann bei mir warst Ich versuche aufzuwachen Als sei dies nur ein Albtraum Warum Rachel? Sie hat nie jemandem etwas getan, okay? Nein, hat sie nicht Chloe Das alles tut mir so leid Alter, wie kommen wir mit so einer Scheiße klar? Wir leben Rachel hätte gewollt, dass du ein tolles Leben hast Das ist die beste Rache Jetzt müssen wir wirklich die Welt erobern Nein, wir müssen nur für einander da sein Du bist eine Heilige, Max Jo, Max, Max Zieh dir den Scheiß rein Ich habe vorhin mit dem Stiefelden geredet Ich bin ganz Auge Alles klar, ich bin ganz Auge Seit er Jefferson eingebuchtet hat Ist er ein ganz anderer Mensch Es war echt cool Er war echt cool und hat sich für sein Verhalten entschuldigt Das ist super, Chloe Jetzt seid ihr wieder eine Familie Wow, komm runter, Schwester Ich bin ihm nicht in die Arme gefallen Aber er hat geholfen, Rachel zu finden und ihre Mörder zu bestrafen David macht sich offensichtlich echt viel aus, Mama Und vermutlich auch aus mir Ja, mir ist stinklangweilig Nix zu tun Was machst du, Hippie? Einige Hippies haben Hausaufgaben Ist klar, du dumm Dödel Ich habe den Papierkram für Fürs Bay City College schon ausgefüllt Ich bin stolz auf dich Das hoffe ich Chloe, ich habe den Wettbewerb gewonnen Entschuldige Du bist kein... Ja, Max Ich bin so stolz auf einen Superstar Das ist erst der Anfang Ich bin so froh, dass ich es mit dir teilen kann Aber hallo Du hast den Sieg auch verdient Keine Emojis Alles klar So, ich wollte hier noch gucken Genau Ey, 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 ey Unglaublich, dass ich scharf stellen Und in meinen Selfies aus der Kunststunde am Montag zurück konnte Ich warnte David in einer Nachricht wegen Jefferson Nachdem ich mein Foto für den Wettbewerb abgegeben hatte Puh Ich bin nur nicht Ich bin nur nicht ausgeflippt Weil ich diese irre Kraft habe Ich muss sie dieses eine Mal richtig einsetzen Und dann vielleicht nie wieder Es war seltsam, wieder in Jeffersons Stunde zu sein Als hätte er mich nicht eben erst in einem Bunker gequält Ich sah ihn zum ersten Mal, wie er wirklich ist Ein manipulativer Psychopath Der nur Mist labert Er benutzt Kunst, um Leute zu verführen Aber er besteht aus nichts als Hass und Perversion Ich bete, dass ich diese Zeitlinie reparieren kann Ja Es ist so wunderschön, zwischen Realitäten zu sein Alles ist aus Fokus und in der Distanz Ich bin nicht so So, I'm hoping these airline seats get smaller, so I won't have to fly at all anymore. Haha. Oh. Christ, another nosebleed? Max, you're not just screwing around with time. Oh, was? Okay. Oh. 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 Alles klar, Leute. Ich würde sagen, ich hoffe, es hat gespeichert, oder? Hat es gespeichert? Ich glaube schon. Gut. Ich hoffe, euch hat diese Aufnahme-Session gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Outdrain.